Schönen guten Tag, liebe Schüler und Schülerinnen, hier ist euer Leo. Heute geht es um das bürgerliche Trauerspiel. Zu diesem Video wäre es gut, wenn ihr etwas über die Aufklärung wüsstet. Das könnt ihr euch aber auch danach aneignen. Dazu haben wir auch ein Video auf unserer Seite. Also, was ist ein bürgerliches Trauerspiel? Und wieso muss man das ausdrücklich sagen, dass es bürgerlich ist? Das hat mit dem aristotelischen Dramenbegriff zu tun. Vor ganz langer Zeit, um ca. 335 v. Chr., hat der Philosoph Aristoteles ein Buch über das griechische Drama geschrieben, die Poetik. Darin hat er sich mit der Tragödie beschäftigt. Er hat dort von Beobachtungen abgeleitet, was ein bedeutendes, gutes und richtiges Drama ist. Einige dieser Beobachtungen waren, eine Handlung hat nicht länger als... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com Gute Bildung, zu Hause!